was geht ab freunde und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es wieder um ein spc bei fifa 18 danke auf jeden fall dass wieder alle zahlreich eingeschaltet habt und mich immerhin weiterhin unterstützt wenn euch dieses video gefällt könnt ihr mir gerne eine bewertung da lassen wenn ihr mir helfen wollt die 100 abos zu knacken in diesem ja dann könnt ihr mir gerne ein abo da lassen ich würde mich sehr darüber freuen und nun kommen wir zum heutigen thema es geht um diese squad builder challenge hybrid nationen mit vier teams wir kriegen ein seltenes mega set plus jeweils noch ein pack zu jedem abgeschlossenen team ist immer unterschiedlich was man bekommt aber ihr seht ja im video was ich dann am schluss beim pack opening öffnen werde und ja im hintergrund werdet ihr sehen wie ich die mannschaften wieder aufbaue welche spiele ich dafür verwende und was ich letztendlich für jeden spieler ausgegeben habt ihr könnt natürlich variieren und eure eigenen spiele im verein holen wenn ihr schon welche besitzt wenn sie auch zur challenge passen je nachdem was für teams man braucht und ja ich habe versucht mit möglichst wenig münzen abzuschließen das war alles nur eine möglichkeit von vielen wie gesagt ihr könnt euch abgucken ihr könnt sie selber auch bauen so wie ich es gemacht habe ich zeige euch ja alles im video und ja ich habe für die challenge ungefähr 30.500 münzen ausgegeben plus minus ich weiß jetzt auch nicht ganz genau wie viel es waren und ja im endeffekt müsst ihr selber wissen ob ihr so viel ausgeben wollt für diese challenge ob ihr vielleicht auch abwarten wollt bis die letzten tage kommen beziehungsweise in der challenge gibt es keine tage dies für immer also man kann sie irgendwann abschließen aber irgendwann mal werden ja die spiele auch niedriger sein beziehungsweise sie werden vielleicht weniger kosten weil die ganzen leute das gemacht haben und dann stellt man halt die spieler billiger rein so was wollte ich noch sagen genau vergesst nicht wenn euch das video gefallen hat könnt ihr auf jeden fall ein like da lassen und wenn ihr mehr solche videos sehen wollt könnt ihr mir feedback da lassen ihr könnt ihr die kommentare schreiben wie ihr das ganze findet ob ihr mehr davon sehen wollte oder nicht und ja für alles weitere habe ich in der video beschreibung alle links zu fifa 18 verlinkt check sie auf jeden fall ab das war's von meiner seite aus bleibt noch bis zum schluss dran dann werden die pack openings auf jeden fall am start sein und ja vielleicht sich ja was gutes wer weiß aber bei dem pack pack was ich habe niemals also freunde danke fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal haut rein euer escobar bis ihnen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020